Die neuen Folgen der zweiten Staffel Gartenkult führen uns in die unterschiedlichsten Gärten. Vom Landhausgarten, Selbstversorgergarten, Asiagarten, Gesundheitsgarten und viele mehr. Die Zuschauer können vom ersten Spatenstich bis zum fertigen Garten jeden Arbeitsschritt mitverfolgen. Es werden Wege gepflastert, Pflanzen gesetzt, eine Bewässerung verlegt, ein Lichtsystem installiert, Rollrasen verlegt und und und. Einschalten lohnt sich. Gartenkult, die neuen Folgen. Jeden Mittwoch um 20.45 Uhr auf Anixe HD Serie.